Ein grobes Nachweser der Bundesliga, heute steht im Tor, hier ist die Gärten sogar Nummer 1, Wittsch! Wir werden heute normal unterstützen, dort ist er die Nummer 1 bei CWB, heute gern gesehen, der Schnellfahrtlänger, herzlich willkommen, Thomas! Und verarbeiten doch die beiden heute nicht von Regie, der jetzt in Tor und Kastik Dominickel, sondern von Matthias Reinschweinbach und Ivo von Kasselsgruppen, heute in Dorf. Untertitelung des ZDF, 2020